Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was es für ein Hustle war für mich in letzter Zeit. Ihr habt wahrscheinlich bemerkt, dass die letzte Folge ziemlich scheiße aussah und sich wahrscheinlich auch ziemlich scheiße angehört hat. Das lag an so vielen Problemen, die ich in letzter Zeit mit meinem PC habe, aber so vielen. Der Hälfte davon ist geheim und davon kann ich euch noch nicht sagen, weil es kommt noch was Geiles auf euch zu. Hoffe ich zumindest, wenn ich das irgendwann mal hinkriege. Und die andere Hälfte davon hängt einfach damit zusammen, dass ich 2 Millionen Tonprobleme mit meinem PC habe, weil ich eine Soundkarte in meinem PC habe und mein Mischpult als separater Soundkarte funktioniert und neue Device, was ich mir geholt habe, auch als Soundkarte funktionieren will, was es aber nicht ist. Es ist keine Soundkarte, es ist was anderes, aber das war eigentlich schon nichts. Und deswegen hatte ich mega viele Probleme, deswegen war die letzte Folge so scheiße und deswegen habe ich heute 3 Stunden an Muralis Action rumprobiert, weil ich erstens keinen Ton über den Desktop hatte, also keine Audiospur und zweitens dann keinen Ton über mein Mikrofon. Aber im Endeffekt ist es egal, weil in meinem Aufnahmeprogramm habe ich beide Spuren, aber wenn ich das Video über den Player, den eingebauten Player angucken will, habe ich von einem von beiden keine Spur. Was mega nervig war, aber die Probleme sind jetzt behoben. Es war nämlich eigentlich gar keine Probleme, ich war einfach nur zu dumm zu checken, dass eigentlich alles cool ist. Und wir kämpfen jetzt heute gegen super starke Gegner und ich freue mich extrem drauf. Und huu, ich muss mich jetzt erst mal abregen. Leute, sind hier eigentlich die Items, die wir vergessen haben? Nein, wir haben alles eingesammelt, wir sind super, super sammelbar. Wir werden heute sehr oft sterben, Leute, wir werden heute sehr oft sterben und wir werden vielleicht gegen einen Boss kämpfen, gegen einen richtigen Boss. Und vielleicht kämpfen wir jetzt auch gleich, also wahrscheinlich kämpfen wir jetzt auch gleich gegen einen Mini-Boss. Ihr seht schon, hier sind ein paar Lone Shadows liegen hier herum und ein paar Hündchen sind hier auch schon am Start. Äh, hallo, guten Abend. Oh, hey, ganz vorsichtig. So, haben wir das auch mal erledigt. Oh, jetzt ist natürlich die Frage, ich habe vier Level, ne? Ich will die eigentlich nicht verlieren bei dem Kollegen, dann farm ich nochmal kurz. So, ein bisschen Level und Geld gefarmt. Das werden wir natürlich gleich erst mal hier ausgeben, um neue Prothesen-Module zu erhalten. Und zwar wollen wir, ähm, die Funken-Axt. Die ist immer lecker. Das ist nämlich quasi eine Axt, die Feuer speit. Das ist immer eine solide Idee. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Ich mache mal hier so, okay, drei Beutelchen offensichtlich nur auf. Mal gucken, was wir noch brauchen, denn wir müssen ja auch schauen, dass wir nicht zu viel Kohle ausgeben, dass wir noch, ähm, man sagt schon, dass wir auch genug Materialien haben. Das Phoenix-Feder-Scholm, dafür bräuchten wir 1000. Der ist relativ nett. Dafür haben wir keine Materialien, dafür auch nicht. Dafür auch nicht, aber dafür könnten wir uns Materialien kaufen. Aber das Phantom-Kunday ist nicht so nice. Aber das brauchen wir, um den Lasolids-Wurfstern zu holen, der mein Lieblings-Wurfstern ist. Äh, okay, dafür brauchen wir erstmal den geladenen Speer. Also den Baum brauchen wir auch, deswegen machen wir das vielleicht später. Geladene Speer spalten, eine versteckte, verbesserte Feindermillen verbraucht. Demöglichst du Angriffe auf Distanz. Kleine Feinde, die vom Angriff getroffen werden, werden zum Träger hingezogen. Keine einfache Rüstung von Feinden entfernen. Energie am Feindermillen müssen wir speichern, sogar einen Angriff. Einen Stützangriff. Ah, das ist relativ nett. Aber die Feuerachse ist richtig gut. Bewirkt feurige Axtangriffe, schlägt mit dem Schlaghammer verursacht heftige Flammenausbrüche und verrüstert das effektive Angriffssfeld, Schusswaffen und schwere Axte. Nein, ja, die Axt mag ich sehr gerne. Die war mal da. Okay, ja, die müssen wir aber auch erstmal ausrüsten, sonst bringt die nichts. So, okay, da haben wir das erledigt. Dann wollen wir nochmal eine neue Fähigkeit absnacken. Dann schauen wir uns mal den krassen Gegner an. Ich kann erwerben. Und zwar, da wollten wir diese, ne? Axtina-Kreuz. Gewährte Kampfkunst Axtina-Kreuz. Blut schnelle Schnellzugangriffe und Geheimtechnik des Axtina-Stils. Verbraucht Geisterambleme. Schlechtung zu Bahnen. Gewährt sofortige Könntebereitschaft. Seine Stärke ist, laut Ichin-Axtina, dass es einem Shura den Arm kosten kann. Jo, was ein Shura ist, haben wir schon gemerkt. Eine Schnellziehung. Lust, das ist eine Schnellziehung. Ja, werde ich nie benutzen. Aber es ist auf jeden Fall schön, das Ganze zu haben. Wenn, ob ich das nie benutzen werde, ist klar. Weil ich habe, äh, wo wollen wir denn hin? Wir wollen, dahin, genau. Ähm, ich habe ja meinen Ichimonji. Deswegen, wenn ich das andere nicht benutzen, wäre ja auch komplett Quatsch, wenn ich das tun würde. Weil Ichimonji ist einfach der beste Skill, wenn es in diesem Spiel gibt. Überhaupt. Period. So, ihr könnt mich mal, äh, gerne haben. Ich gehe weiter. Ich habe gar keine Zeit für euch. Äh, der Lone Shadow kann auch mal, äh, sich gehackt legen. Ich habe keine Zeit für euch. Ich bin raus, Leute. Ich hoffe, die folgen mir jetzt nicht. Wir tun es ja nicht, weil die stupid sind. So, jetzt geht es erstmal richtig los, Leute. Jetzt geht es erstmal richtig los. Jetzt kämpfen wir wirklich gegen einen sehr, 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 sehr starken Gegner. So, gegen den ich eigentlich lieber nicht kämpfen wollen würde. Hallo? Das ist eventuell mal. Das war ein bisschen Overkill jetzt. Das war jetzt ein bisschen, ein bisschen Overkill. Es tut mir leid an der Stelle. Oh, wo ist denn der andere Wolf? Hey, muss da noch einer sein, der Wolf. Wird gerade sagen. So, okay. Ja, hier ist der Kollege. Wollen wir mal lauschen? Was ist denn? Ja, der wurde nicht von mir erschlagen, sondern von diesem Tengu-Boy. Und, äh, der ist relativ stark. Das Problem bei dem ist, wir haben ja schon gegen Lone Shadows gekämpft, aber... Ja, ihr werdet sehen, was das Problem bei dem ist. Der ist, äh, nicht ganz einfach und wir sind froh, wenn wir einen Hinterrückskill bei dem kriegen. Und ich werde mal hier, das erste Mal in dem Let's Play, ein, äh, Konfekt fressen. Aber, was ist das am besten? Davon Akku, Alter, ein Unmensch, ich will sehen. Geister im Verkauf. Man muss hart auf Konfekt beißen. Äh, Konfekt gesehen. Äh, erhört den kurzen Schaden in der Haltung und Vitalität. Genau, das möchte ich gerne mal essen. Hm, lecker. So, und jetzt möchten wir... Zack! Zack, den einmal erledigen und dann möchten wir gleich mit dem Doppel Ichimonji nachlegen. Ja, er macht nämlich das jetzt. Und er hat quasi auch in Akkus was sogar gefressen. Oh, Hilfe! Und dieser, dieses Gebiet... Ah, fuck, fuck! Ist denkbar ungünstig. Ah, fuck! Für uns zum Kämpfen, weil das hier einfach viel zu eng ist. Uh, mein Frendo! Ach, nee, er macht wieder Gifto. Da bist du nicht mein Frendo, wenn du Gifto machst. Kann ich mal wieder... Ich möchte mal wieder... Boah, Alter, ich muss weg! Ich möchte mal wieder hier so ein Dings fressen. Äh, so ein lecker, 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 lecker... Lecker Angus-Konfekt. Plack, lecker, lecker. Nee, nee, mein Freund. Dich mit mir! Dich mit mir! Bruder! Bruder, was los, Alter? Bruder, muss sowas von los. Alter, Hilfe! Okay, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Das ist ja perfekt. Vielleicht können wir ihn... ...nach genug erledigen. Uh, sneaky, sneaky! Cheesy-Tactics, Bruder! Cheesy-Tactics! Hilfe! Leute! Beide! Yes! Uuuuuh! Solide! Uh! Der Typ ist echt schwierig. Vor allem, weil er so ein Mega-Upgrade-Zeug frisst, was uns halt 2 Millionen Schaden macht. Und weil diese Gegend halt auch... Es steht überall Vasen und Balken und so. Das heißt, wenn du nach hinten dozt, knallst du irgendwo gegen, bleibst stehen und er haut dir einfach die Fresse weg! Aber wir haben es relativ gut geschafft und ich bin sehr stolz! Mein Puls ist gerade auf 200.000! Dem Schießpulver, danke dafür! Danke dafür! Das war aber nicht unser letzter starker Boss in diesem Run, sondern er ist einer davon. Was hast du? Tropfen Drachenblut! Sehr, sehr lecker! Und irgendwo muss der Tengu auch noch rumliegen. Beziehungsweise nicht rumliegen, aber der ist hier noch irgendwo. Aber ich glaube, der ist so gut wie tot. Und wir werden, glaube ich, keine super Technik mehr von dem bekommen. Denn er kann uns jetzt nichts mehr beibringen. Das heißt, ich habe diese Spezialtechnik, dieses Aschina-Kreuz... Hallo? Ganz vergessen, dass ihr hier wieder da seid, wenn ich hier raste. Dieses Aschina-Kreuz bringt mir jetzt nichts mehr quasi. So, jetzt möchte ich mal reisen, Aschina-Burg. Ja genau, aufs Vorzimmer. Ich bin da noch nicht hochgegangen. Aber ich werde jetzt da hochgehen. Und ich werde nicht, wie beim letzten Mal, mich durch alles durchkämpfen. Beziehungsweise, wie beim ersten Mal, als wir in die Burg gegangen sind. Sondern einfach hoch und an den nächsten Schrein setzen, wo wir ja wissen, wo der ist. Hallo? Tschüss! Denn das ist näher an dem Boss dran. So, ihr seht hier, da ist ein Lone Shadow und so. Und mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Hallo, ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Danke, tschüss! Hallo, tschüss! Ja, ja, komm. Halt's Maul. So, wo geht's hier lang? Da lang. Okay, cool. Ich will mich hier gleich reinsetzen. Danke. Yay! Was soll das denn? Hallo? Alter! Könnt ihr euch mal eventuell beruhigen? Ah, ich dachte, er macht einen Mikiri. Okay. Jetzt wollte er einen Mikiri machen. Aber zu spät. Hat er mal T-Shot, geil. Und hier wartet der nächste Lone Shadow auf uns. Und der ist halt mega stark, Leute. Der ist einfach mega stark. Wahrscheinlich machen wir ihn am Abschluss der Folge. Aber erst mal wollen wir noch mal ein bisschen was anderes machen. Erst mal wollen wir uns hier noch ein bisschen umschleichen. So. Mal hoffen, dass uns die nicht bemerken. Tö-düm. 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 So, was machst du? Ja, was du machst, ich mache einen Mikiri. Nett. Tot. Okay. Die beiden erledigt. Es wird nicht leichter, Leute. Das kann ich euch schon mal versprechen. Es wird nicht leichter. Da steht ein Lone Shadow. Ich weiß bloß nicht, ob der gegen die Flammdudes kämpft. Ob der hier alleine ist. Wenn der alleine ist, kann ich... Ja, genau. Er kämpft nämlich gegen die Dudes. Die lasse ich erst mal kämpfen, Leute. Den Deal lasse ich erstmal hier ganz in Ruhe kämpfen. Da will ich mich eigentlich nicht einmischen. Die sind ja da, um Ichin Aschina zu beschützen. Dann sollen die das auch machen. Aber gegen den Lone Shadow hat er keine Chance, wie es aussieht. Obwohl er den Lone Shadow gerade schön geburned hat, muss ich sagen. Ja. Das war's, Mr. Lone Shadow. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Ich wollte mal meine Feuerachse ausprobieren. Farm, Junge! Look at this fire axe! Puh, Hilfe! Look at this damage! Aua! Oh, Alter! Hat er mich weggetreten? Tut mir leid. Sorry, ich muss mal ganz kurz hier weg. Und meinen trinken. Alter, hast du... Hast du's denn? Bruder, muss los! Kannst du nix? Warum hast du mir denn jetzt Probleme? Wuhu! Hey! Bruder! Was zum Teufel? Ich hab mich aber auch dumm eingestellt gerade. Aber jetzt aber ran hier. Mein Freund. Nix. Auch deine Keks. Bring dir den Scheiß, Bruder. Nee, Alter! Es ist halt einfach vorbei jetzt. Es ist vorbei mit der Übeltäterei jetzt hier. Wirklich. Das war ja... Das war ja einfach nur stupid, Leute. Das war einfach nur stupid. Hallo! Ja, ihr seht schon, hier Ishin, Ashina und Emma sitzen da. Aber... Oh, hier liegt auch was. Lecker Kühlchen. Lecker, schmecker, Kügelchen. Das war. Das kann man sich mal... Und ich begrenne. Oh, da hinten liegt auch noch was. Ähm... Ja, wir können dich jetzt hier an die Wand stellen. Ganz unauffällig. Wie kann man die beiden belauschen? Die haben mich überhaupt nicht gemerkt, dass ich da war. Ich war so unauffällig ninja-like, dass sie nicht gecheckt haben, dass ich da bin. Ist krass, oder? Das war's. Das war's. Ja, das ist ja nett. So Leute, ich bin hier. Na, wie geht's euch? Hallo, nabend. Ah, alles klar. Ja, wenn für nichts anderes ist, dann zu töten. Ja, wenn für nichts anderes ist, dann zu töten. Achina Muschinen-Esoterik-Text. Hätten wir den von dem Tengu bekommen? Ich weiß gar nicht. Ein einzigartiger Text über den legendären Achina Muschinen-Gelände-Stil. Die mächtige, die mächtige, was, die mächtigere, die, ach, lesen, Freunde, das ist schwierig manchmal. Die Machtgier des jungen Isshin kannte keine Grenzen und seine zielstrebige Suche nach Stärke ließ ihn Achina erobern. Er kombinierte Technik der Stile, auf die er stieß. Durch Antrieb zeichnete Isshins Errungenschaften aus und deshalb wird der Text auch nie fertiggestellt werden. Cool. Danke. Danke. Sehr gut. Emma, hast du noch was? Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Kürbis haben gegeben. Ich habe keine Kürbis haben. Okay, danke. Deva, mata. Okay. Leute, wir wollten ja noch gegen Boss kämpfen, ne? Also, ran! So, das Lustige bei dem Boss ist nämlich, hier ist einer, aber hier ist auch noch einer. Das heißt, das wäre ein Lone Shadow und ein krasser Lone Shadow gegen uns. Und zwei gegen einen ist ganz schön unfair. Da mache ich einfach mal anders. Da wende ich einfach mal das Blatt. Ich bin ja, ich bin ja da gar nicht so, weißt du? Ich bin ja da gar nicht so, weißt du? Du bist meine Puppe, Freund! Du bist meine Puppe. Jetzt könnt ihr... Wuuh! Ihr könnt euch erstmal gegenseitig, äh... Ihr könnt euch erstmal gegenseitig gegeneinander kämpfen. Hallo? Puppe, kämpf! Ja, genau. Ich will hier nicht eingreifen, denn, äh... Auch unsere Puppe kann uns ja Schaden zufügen und das möchten wir nicht. Deswegen sollen wir erstmal schön alleine kämpfen. Selbst wenn die Puppe nichts erreichen kann, äh... Haben wir doch denn wenigstens ein faires One-on-One. Vielleicht können sie ein bisschen was erreichen. Aber wahrscheinlich nicht. Der Elite Lone Shadow ist einfach viel zu krass. Da machst du nix! Puppe. Aber ich mach was! Und zwar Feuerio! Hallo! Das hat nicht so viel gebracht, wie ich gern gehabt hätte. Da mach mal was trinken. Oh, Gift ist nicht nett. Ja. Ups! He tried it again! And fell from grace! Because he can nothing! Uh! Ganz vorsichtig, mein Freund! Oh, Liebe! Gift ist da! Ichimonji ist auch da! Wow, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass du da nochmal nachlegst. Nein, nein, nein! Oh, Hilfe! Okay, na gut. Mängstens hab ich hier ein bisschen Haltungsschaden zugefügt. Nein! Da mach ich einmal mit Kiri-Counter. Darauf hab ich nämlich... Uh! Gar kein Bock! Ichimonji! Double Schmabel! Das ist doch mal ein intensiver Kampf. Nein, 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 mein Freund! Hier von wegen... ...neine Stamina regenerieren, oder was? Ist nicht, Kollege, ist nicht. Oh, Hilfe! Ich dachte, ich komm mit dem Ichimonji noch ruhig. Erstmal hier die Münzen aufsammeln, das ist wichtig. Ja, try it, Bruder! Try it! Try it till you die, my friend! Ah, schade! Warum hab ich keinen Mikiri rausbekommen? Eigentlich wär das Mikiri-Potenzial gewesen. Aber irgendwie wollte das nicht. Lasst euch einfach mal jetzt den Kampf genießen, ohne mein Gelabere. Schade! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. ZACK Lecker schmecker So muss sein Fettwachstumpen Gebetsperle Geil Jetzt können wir nochmal richtig schön Upgraden hier Angriffskraft verbessern Ne Körpermangel verbessern Ja bitte Mehr Leben Ist mehr Leben Ist mehr Leben Ist mehr Leben Freunde Ist der eigentlich der andere noch da? Oder Ne der respawnt auch nicht Okay eigentlich schade Sonst hätte ich hier ein bisschen farmen können Ja Leute Beim nächsten Mal hier hoch Ging es ja dann beim letzten Mal Zum Genichiro Oh hallo Entschuldigung Nein Entschuldigung Entschuldigung Ich wollte nicht Entschuldigen Sie bitte Entschuldigen Sie bitte Ich wollte Das war überhaupt nicht meine Intention hier Ja Aber wir werden beim nächsten Mal Einen anderen Boss Gegenüber stehen Einen Boss mit dem ihr auf jeden Fall Nicht rechnen werdet Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen Also beim nächsten Mal geht es wirklich 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 mit dem Boss los Denn jetzt ist nichts anderes mehr zu tun Nächstes Mal ist 100% Boss Time Wir haben diesmal schon zwei Minibosse Zwei extrem starke Minibosse erledigt Und ich fand den Kampf eben Verdammt cool muss ich sagen Wie fandet ihr ihn? Schreibt es mal in die Kommentare Und schreibt mir in die Kommentare Ob ich öfter bei so spannenden Minibossen Oder Bosskämpfen Die Fresse halten soll Um das einfach mal Genießen Zulassen Damit kann ich mich ja auch Ein bisschen besser konzentrieren Vielen Dank fürs Zusehen Leute Diese Folge hat mir wieder mal Echt Spaß gemacht Und ich freue mich Dass es jetzt endlich Regelmäßig weiter geht Bis zum nächsten Mal Leute Und ciao